Hey Leute! Was geht ab? The Losi Lasernut geht zum ersten mal ab. Zusammen mit dem XRT. Genau, wir haben ja 4S, 120C Akku drin. Ja, wir fahren hier ein bisschen bei Schlamm und Wiese fahren und testen. Genau, also wäre spannend das ganze Technische. Das können wir noch später machen. Losi Lasernut, Spektrum Komponenten 4S. Anderes Ritzel war mit dabei. Und Beleuchtung. Die Beleuchtung ist Hammer. So macht der unten richtig geilen Eindruck das Akkufach. Zeigen wir nochmal. Oder warten Sie, mein Assistent zeigt nochmal kurz das Akkufach. Also hier das Akkufach. Der Akku 6200 oder 500. 200mAh. 4S, 120C. Hier ist ganz schön viel Platz. So macht es eigentlich einen guten Eindruck. Und jetzt fahren wir einfach mal aus. Ach ja, Smart Funke. Also bis gleich. Was siehst du mal? Der ist ganz schön schnell. Da ist doch schnell so viel Akku drin. So, naja. Ich hole ein XRT. Das neue Waldleib-Kit hinten vom Bad. Schön flex. Flexen wir. Wir haben halt immer mehr Probleme hier. Schöne Strecken zu finden. Wettrennen. Okay. 4S, 8S. Losi gegen XRT. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, Rückstoß. Ja. Also siehst du schon mal richtig... Ahhhh. Ahhhh. Mit dämlich. Also ich. Ist irgendwas kaputt gegangen? Nö. Ekelhaft. Mal sehen, wie lange die Akkus hier halten. Kurzer Nachtrag. Der XRT. Die Akkus sind schon lange leer. Losi macht immer noch seine ersten Runden. Also wie lange fahren wir jetzt schon? 20 Minuten. 30 Minuten ungefähr. Und das Auto fährt. Und fährt. Und macht Spaß. Irgendwie ordentlich, Alter. XRT mit neuen Akkus. Los. 8010. 6200. Kann er springen? Wie lässt er sich steuern? Ich will dann immer fahren. Ach, Zaun. Ich bin gerade schön gesprungen. Naturrampe. Ding 1A. So, das war jetzt mal so eine ganz kurze Vorstellung. Wir sind eine Weile in die gefahren und wir wollen halt einfach nur rumballern. Das machen wir jetzt auch ohne Film. Also Optik erstmal schon mal. Sehr gut. Richtig gut. Handeln. Sagen Sie? Ja. Gut. XRT ist klar. Ja. Also viel Spaß bei Fragen in den Kommentaren. Und wir ballern jetzt einfach nur noch rum. Ja. 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 Ja.